halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mod world yo was geht ab bei euch bei mir eine ganze menge draußen schneit nicht mehr draußen ist nicht kalt aber wir haben januar alles klar aber in minecraft was geht dort so ab ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht auf jeden fall regnet es ich war dabei gerade etwas zu meinen und wir haben noch eine menge vor wir werden etwas abbauen und wir werden dann auch ins dorf gehen um zu gucken was dort so abgeht ich muss noch schnell eine einstellung machen sie gerade ich habe hier nämlich ich habe natürlich auch etwas in den mods verändert und zwar geht jetzt automatisch dass ich sagen kann hey ich muss nicht mehr wechseln zwischen nichts und menge das heißt ich wollte nicht mit der hand ab sondern es wird automatisch die spitzhacke betätigt zu dem thema und wie gesagt wir sind gerade dabei zu meinen zu gucken was sonst so abgeht aber da ich irgendwann mal ein haus oder so bauen möchte brauchen wir auch steine und alles und die müssen uns natürlich besorgen wird zu viel und deshalb besorgen wir sind einfach mal hier brauchen wir licht damit auch was sehen können das motto ist momentan etwas unregelmäßige kommen ich werde mich bemühen das schnellstmögliches dafür zu sorgen damit regelmäßiger kommt ja schon gefragt wurde was geht eigentlich in berlin ab keine ahnung war schon lange nicht mehr da also in meinem ersten berlin schon weil da wohne ich ja das muss also in dem inventar sein wo die spitzhacke liegt dann funktioniert natürlich ja wir werden dann gleich mal ins dorf gehen und werden uns dann mal ein bisschen umsehen was so passiert ist ist es schon größer geworden sind neue bewohner hin zugekommen was ist es schon mal ein bisschen was ist es nicht gesund aus die dinger oder was sagt ihr das automatisch ist kacke was haben wir denn da grün plasma ohr was tut man mit grün plasma ohr ja ahnung wir sehen dass es noch ein bisschen war geht dann nehmen wir die trolle auch noch mit die wir da zulegen haben die andere trolle lassen wir erst mal liegen weil wir brauchen ja noch andere sachen nimm nur das ist was uns gerade so irgendwie so licht dahin und dann erst mal bis der droge runter gebuddelt ich hoffe die spitzhacke hält das noch aus das ist schon wieder dieses grün plasma was ist das denn was kann man sich denn da ausmachen müssen wir gleich mal gucken was man daraus tun kann auf jeden fall sieht es eigentlich ganz gut oder ganz schön aus für dich ok der mod funktioniert mit dem mining nur bei minecraft eigenen sachen bei mods wohl nicht aber es ist nicht so schlimm was gibt es denn neue bei mir nicht viel wie gesagt draußen schneidet zurzeit nicht mehr warm ist es hoch ähm ich denke schon wieder am baden gehen gestern hatte meine frau ihr brotstag ist ein paar jahre älter geworden naja sowie kalt im leben ist na was habt ihr endlich in der ganzen schönen zeit gemacht schreibt doch mal in den kommentaren und schreibt mir doch mal rein wenn ihr Lust habt wann ist für euch die beste zeit zum streamen so damit ihr auch dabei sein könnt da ich sehr viele streams mache zurzeit mit minecraft factions das nervvoll ich hoffe jetzt gleich wieder ausschalten das ist ja nicht ne da war es nicht nein da war es nicht da habe ich da gerade ähm egal jetzt kümmere ich mich später darum das eisen müssen wir allerdings mitnehmen so haben wir haben wir haben wir so jetzt bringen wir mal schnell nach hause also soweit ist jetzt zu hause nicht weil simpel autoswitch ich glaube jetzt habe ich jetzt die aktive können wir ja schon mal anfangen häuschen zu bauen in kleine ähm ok es ist nachts nachts ist nicht schön weil nachts gehen wir pennen ähm gehen wir nicht pennen jetzt gehen wir pennen ganz schnell bevor der nächste kommt und wir haben einen lootbeutel erhalten wunderschön wir packen erstmal die sachen in die kiste safen die mal und dann gucken wir mal was dieser lootbeutel so schönes interest in sich hat es ist ein common lootbeutel ich glaube da habe ich nicht viel zu erwarten wir hätten papier wir hätten einen knochen und wir hätten ein spinnenaugen na super wir eine spinne getötet und kriegen im lootbeutel einen spinnenaugen aber gut jetzt haben wir schon zwei spinnenaugen auch gut wir brauchen unbedingt was zu essen aber gut ich denke mal wir gehen erstmal in die stadt schau mal sowas da so abgeht wir werden jetzt hoffentlich nicht gleich an hunger sterben wir werden jetzt hoffentlich nicht gleich an hunger sterben und schau mal was in der stadt berlin passiert ist das rathaus ist schon mal fertig das ist ein eishaus dazu gekommen aha und lucky plug cool nehmen wir gleich mal mit ich hoffe er bringt mir auch glück er bringt mir sachen zum verzaubern er bringt mir kein essen aus dem foto nein er bringt mir kein essen gut dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier Karin wäre da und Paul wäre da und Frank? Frank? Frank der Bürgermeister? wer ist Frank? was macht ihr hier? Frank? wer bist du? ich bin Frank der Bürgermeister haben sie einen Termin? äh ne leider noch nicht ohne Termin? keine Zeit für dich oh schade mach ich dann einen Termin bye bye haust da rein äh ein nicht sehr freundlicher Kerl ähm wie man sieht ähm er ist halt Bürgermeister und er tut auch so als wäre er King gut aber kein Problem da ist noch ein lucky plug und das gibt dann eine Pferderrüstung drei Pferderrüstung jetzt brauchen wir ja nur noch Pferde so du du bist noch am bauen nein du stehst da gerade rum bist du fleißig alles klar so allerdings was ist denn nicht da eigentlich für ein Haus gewesen ähm aber vorher müssen wir erst noch die anderen lucky blocke öffnen äh hallo Villager sie reden doch mit mir ähm sie haben Schwerter das ist wundervoll und bögen und angeln angeln ja angeln heißt wir brauchen hier definitiv noch einen Angler äh wenn ich schon mal dabei bin kann ich auch den noch ausnennen äh okay gibt Diablog alles klar ähm Modboard ist schön da gibt es machenhaft Dias wie sehr gut gehen wir mal zu dem anderen Haus da drüben was neu dazu gekommen ist und schauen uns mal an was das eigentlich sein soll kommt man da hin den Weg gibt es ja nicht wirklich oder doch gibt es naja man kann doch ein bisschen umständlich machen die auf jeden Fall schon mal komisch aus zu denken aber da hinten der da drin Rüstung Rüstung hinter den Stahlgitter ähm ok Vitrinen die sind alle noch leer Rüstung hmm sollt ich da rein gehen Endro oder so der freundliche Händler Hallo mein Name ist Endro oder so ich bin der freundliche Händler hier in Berlin Oh wundervoll Hallo Endro schön dich kennenzulernen ich verkaufe hier Rüstung und andere Dinge die du für den Kampf benötigst wenn du möchtest darfst du dir eine Grat Rüstung gratis aussuchen oh das finde ich sehr nett von dir Endro oder so ähm ich gucke mich hier kurz um und dann ähm suche ich mir hier eine Rüstung aus das werde ich natürlich gerne und mit Freude tun so gehen wir erstmal nach hier oben gucken ok der Endro oder so ist wohl noch dabei hier auszubauen sieht aus wie ein Esslager wo er vielleicht nachher sein Essen oder so verkauft weiß ich nicht vielleicht ist es auch eine Bar also der Village da hinten der ertrinkt gleich wenn es so weiter geht aber gut ich darf mir hier eine Rüstung aussuchen hat der mehr selbst ähm auf jeden Fall verkauft er also Rüstung erstmal Rüstung und Schwerter ähm weil die ja alle gratis sind erstmal und ich meine auch na ich hatte sowas ich weiß gar nicht ob ich die mir aussuchen kann und einzeln nehmen kann machen wir einfach wir nehmen einfach mal Ditch 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 Werdrinkern kann das was? 13 Attack Damage ähm gefällt mir aber ich würde so nicht so auffällig sein mit Rüstung Rüstung aber gut dann denke ich mal wir nehmen die hallo jetzt werden die Rüstung ähm ich krieg die Rüstung nicht doch jetzt so wir nehmen die so wir nehmen die schön sind die Rüstung ja so da kommt man ein bisschen weit weg und wir sterben nicht gleich im ersten Kampf na die will ich na die will ich na die will ich ey was für eine geile Rüstung Leute das hab da noch nie so gesehen dann allerdings habe ich jetzt ein Problem dass mir Essen fehlt ups ich würde schon mal gegen die Tür hier ran mit der Rüstung wundervoll und jetzt ich darf hier immer noch nicht raus ey ich glaube wir fühlen gerade zu blöd diese Tür zu öffnen die Tür will mich einfach nur noch ärgern vor allem zeigt die Sachen an äh äh das machen Lucky Block aber die muss mich langsamer äh super ein Helm aus dem Lucky Block ich habe gerade von Endro oder so eine Rüstung geschenkt bekommen ich brauche kein Helm aus dem Lucky Block gerade was wir brauchen ist auf jeden Fall Essen boom und da haben wir auch schon das erste Essen überleben gesichert überleben gesichert und nochmal boom also ich muss mich so bei Endro bedanken für diese ultra geilen Rüstung die er in dem Laden hat ähm die zeigt mir sogar an wo die Kühe sind und aber ich stelle gerade fest ich kriege damit kein Luke weg gut brauche ich glaube ich auch nicht allerdings was ich gerade nicht weiß ist schon wieder wo wohne ich überhaupt ich bin da irgendwie gerade in die falsche Richtung gelaufen und es wird wieder Nachts ihr wisst ja was es heißt wenn es Nacht wird dann verabschieden wir uns voneinander das wir gehen jetzt einfach mal ins Rathaus und jetzt auch noch sterben Kuh holen Loot Back ein Loot Back machen wir noch auf im Rathaus auch wenn der Bürgermeister etwas genervt ist soll ich da schon wieder ankomme glaube ich aber ist ein Rathaus ich meine warum soll ich da nicht rein gehen so das heißt wir verschieben mal alles das heißt die Loot Backs lösen sich auch auf wenn ich so ausgeleert habe und wir haben einen Rare Loot Back ein Rare Loot Back ist bestimmt was besseres als ein Common Loot Back halt klar Leute ihr dürft mir gerne dabei zugucken und da drin ist das heißt Unglücksstaub heißt das jetzt ich hab Glück oder heißt das jetzt ich hab Unglück ich hab keine Ahnung das klären wir in der nächsten Folge alles klar Leute ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bye Bye Ciao 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 Ciao